In dem Video geht es darum, welche Einstellungen du brauchst als Verkäufer, um echt erfolgreich zu werden. Was sind die neun wichtigsten Einstellungen als Verkäufer, die du brauchst, um wirklich komplett durch die Decke zu gehen. Mein Name ist Fabian Durek, ihr kennt mich mit Sicherheit hier schon auf dem Kanal. Wir haben es gerade Winter in Berlin, Mitte Januar, ihr seht es draußen, schneit es tatsächlich. Und das ist das erste Video, wo ich mir mal ein paar Notizen gemacht habe, weil die Punkte für dich wirklich wahnsinnig wichtig sind. Egal, was du im Vertrieb machst oder ob du sogar eventuell Teamleiter, Distributionsinhaber, Geschäftsführer bist, guck dir die Punkte an. Sie werden für dich von relevant sein. Punkt Nummer 1. Wenn du selbst nicht kaufst, wie sollen andere dann bei dir kaufen? Wenn du dich darüber aufregst als Verkäufer, dass du ständig eine No-Show hast, dass du ständig Leute hast, die dir gegenüber Nein sagen, aber deine innerliche Haltung ist, dass du immer im Verkaufsgespräch zurückschreckst, dich unwohl fühlst und immer Nein sagst, egal wie sehr es dir helfen würde, wie willst du denn erwarten, dass Leute bei dir kaufen? Das ist doch ein Widerspruch an sich. Du erwartest von deinen Kunden, dass die bei dir kaufen, dass die in der Lage sind, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Dass die dir ein Ja oder ein Nein sagen können und nicht irgendwas immer rumdruckschen. Aber du selber bist das Gegenteil. Glaubst du im Ernst, deine Kunden merken das nicht? Das ist eine Lebenseinstellung. Und was du gibst, bekommst du. Also Punkt Nummer 1. Das nächste Mal, wenn du irgendwas kaufen willst, dann sei nicht so geizig mit deinem Geld. Lass es nicht stocken. Auch Blut, was die ganze Zeit stockt, kannst dir mal überlegen, was damit passiert. Das muss einmal fließen. Manchmal musst du auch mal 10.000 auf den Kopf hauen, dass du wieder das nächste Geld einfach verdienen kannst. Es ist einfach so. Wenn es alles immer nur da krampfhaft rumliegt und du geizig bist, dann kriegst du Krampfadern davon. Gib auch mal was aus und gönn dir mal selber was. Kauf dir mal was, wenn du es von deinen Kunden erwartest oder willst, dass die bei dir kaufen. Punkt Nummer 2. Du hast Kunden, die sind nicht belehrbar. Ja, und du regst dich darüber auf. Du regst dich über die Kunden auf, die einfach nicht checken, was die beste Lösung für ihr Problem ist. Die, die einfach nicht belehrbar sind. Die sich nichts sagen lassen kann. So. Du selber, wenn du aber nicht coachable bist, wenn du nicht belehrbar bist als Verkäufer, wie sollen es denn dann deine Kunden sein? Ich erlebe es immer wieder und wieder und wieder, dass Verkäufer nicht coachable sind, nicht belehrbar sind. Ey Leute, wir haben selber so viel Vertriebserfahrung, wir lassen uns immer noch coachen. Jeden Tag bilden wir uns weiter. Jeden Tag geht es nach vorne. Wir geben jeden Tag Geld aus für Weiterbildung in ETC. Alles, was nicht wächst, stirbt. So, und wenn du aufhörst, dich weiterzuentwickeln, wie willst du dann erwarten, dass deine Kunden sich weiterentwickeln, dass deine Kunden dir zuhören, dass deine Kunden belehrbar sind, wenn du dich selber darüber aufregst, aber dann wieder den Widerspruch in dir trägst und einfach nicht coachable bist, ja. So, in der Regel eilst du in drei Zeitaltern. Erstens, am Anfang im Vertrieb bist du im Kindheitsalter. Als Kind nimmst du alles von den Eltern sehr gut auf, du lernst wahnsinnig schnell, du hinterfragst nicht viel, sondern du setzt es einfach nur um, ja. Dich hindern auch keine negativen Glaubenssätze daran, das Wissen einfach zu nehmen und dann anzuwenden, so. So, und in der Kindheitsphase siehst du deine Eltern auch fast als Götter an. Du siehst die Fehler nicht. So, und das ist auch der Zeitraum, wo du am schnellsten nach vorne kommst. Dann kommst du irgendwann ins Teenager-Alter, so. Und im Teenager-Alter wirst du halt erstmal eine Zeit haben, wo du nicht wirklich coachable bist, wo du denkst, du weißt es besser, wo du deinen eigenen Geld gehst. So, und ganz viele bleiben ihr Leben lang im Teenager-Alter und wundern sich daran, warum sie einfach nicht weiterkommen im Leben. Aber welcher Teenager, der mit 30, 40 Jahren immer noch die Verhaltensweisen des Teenager-Alters hat, ist heute wirklich erfolgreich. Kaum einer, ja. Deswegen musst du dann weiterkommen ins Erwachsenen-Alter, wo du A, in der Lage bist zu selektieren, welche Informationen dir gut tun und welche nicht und B, wieder offen bist für Coachings und Coachable. Egal, wie viel Expertise und Erfahrung du hast. Wenn du das nicht bist, erwarte es bitte nicht von deinen Kunden, ja. Punkt Nummer 3. Was ist denn mit deiner Offenheit neue Leute kennenzulernen? Wenn du eine Voice bei Instagram kommst, ja, wenn du einen fremden Kaltakquise-Anruf bekommst, denkst du sofort immer, die wollen dir was Böses? Oder denkst du sofort, die wollen dir immer was verkaufen, was schlecht für dich ist? Wenn das so ist, dann hast du, mein Freund, ganz negative Glaubenssätze zum Thema Verkaufen. Wenn du selber denkst, dass Verkauf was Schlechtes ist und dann negativ abwertend darauf reagierst, wir hatten hier letztens einen relativ bekannten Coach, den ihr alle auch kennt aus dem Direktvertriebscoaching, der auf eine Voice, die von einer neuen Mitarbeiterin von uns, die halt noch nicht allzu lange dabei ist und deswegen natürlich auch noch Fehler macht, was normal ist in der Akquise, wenn du deinen ersten Tag, den zweiten, den dritten, den vierten, fünften Tag hast, erzähl mir bitte nicht, dass du da keine Fehler gemacht hast. So, und der hat zufällig so eine Voice bekommen und dann sofort daraus eine Insta-Story gemacht, in der Insta-Story sogar gelogen über das, was sie angeblich ihm geschickt hat, haben wir sogar die Beweise für und ist direkt davon ausgegangen, ja, die will meine Mitarbeiter abwerben, das geht gar nicht, war richtig pissig. Da erstens stellt man sich dann die Frage, alter Falter geht wenig bei dem im Leben ab, dass der daraus direkt eine Story macht und dann sogar noch in der Story lügt und zweitens, was hat der denn für Glaubenssätze bezüglich Akquise? Der predigt doch den ganzen Tag, geh Kontakten, geh Kontakten, geh Kontakten, ja, geh auf die Straße und mach Direktkontakte und selber kriegt er dann mal eine Voice und mach Direkt ein Terz, alter Falter. Wenn es bei dir so ist, ja, dann wundere dich bitte nicht, wenn andere dir gegenüber kritisch sind, wenn du auf die Zuge gehst, so. Leute, ich klingel jeden Tag an der Haustür, ich verkaufe an der Haustür jeden Tag Verträge, mindestens 5, eher 10, 11, 12, 13, jeden Tag und die Leute lieben mich, wenn ich da klingel, während ganz viele andere Probleme haben zu klingeln, weil sie nicht wissen, wie sie da rangehen müssen, so. Aber wenn nicht jemand Neues kontaktiert, bin ich auch offen, und ich freue mich auf den Kontakt. Ich will mal schauen, was der mir an Mehrwert liefern kann und was ich dem an Mehrwert liefern kann und wie wir uns vielleicht connecten können, weil gute Kontakte bringen immer weiter. Also Punkt Nummer 3 zusammengefasst, bewahre deine Offenheit, ja. Punkt Nummer 4, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Thema Geld ausgeben? Ja, wir hatten Punkt 1, wo es darum geht, wie du dich halt entscheidest, also wenn du selber nirgendwo was kaufst, aber wie sieht es denn bei dir aus bezüglich deiner Preisvorstellung, wenn du Dinge einfach kaufst? Du weißt, Qualität hat seinen Preis und im Vertrieb, weißt du, egal was du verkaufst, ob du Fernseher verkaufst, ob du Staubsauger verkaufst, viele Kunden sagen immer, es ist zu teuer. Sogar im Strom- und Gasbereich, wo du den Kunden nur Geld sparst, denken die Leute, es ist zu teuer. Und dann musst du sie erstmal davon überzeugen, dass es kostenlos ist. Also total irre, es ist egal, was du verkaufst, aber wenn du selber die Einstellung hast, dass in Coachings und in Bücher zu investieren, zu viel Geld für dich ist, dass du das als Ausgabe ansiehst, nicht als Investition, dann brauchst du dich ja auch nicht wundern, warum deine Kunden so drauf sind, oder? Also wenn du selber sagst, nee, ich, nein, ich investiere doch da kein Geld in meine Weiterbildung, ich mache das auf eigene Faust, dann verschwendest du nicht nur Zeit, sondern damit verschwendest du eigentlich Geld und du hast ganz andere Kosten, die da auf dich zukommen, nämlich Kosten an Geld, was du nicht verdient hast, durch Wissen, was du nicht gelernt hast und somit nicht in die Praxis umsetzen konntest. Macht Sinn, oder? Also sei da vielleicht auch mal ein bisschen offener. So, Punkt Nummer 5. Ja, du hörst von Kunden, die haben keine Zeit dafür und du weißt ganz genau, das sind Kunden, die schauen gerade Fernsehen, die sitzen in Unterhose zu Hause auf dem Sofa, gucken gerade RTL, das, was die eigentlich haben, die haben keinen Bock und du spürst es ganz genau, dass die das einfach nur als Vorwand nehmen, weil sie keinen Bock haben und bist davon wahnsinnig genervt, ja? Aber wie oft sagst du ja zu einem Termin, obwohl du schon genau weißt, dass du keinen Bock drauf hast und dir dann irgendwelche Ausreden kurz vorher oder einen Tag vorher einfallen, warum du den Termin jetzt gerade nicht wahrnehmen kannst, ja? Du wieder irgendeine Ausrede einfach findest und da ganz ehrlich auch, du musst jemand werden, auf dessen Wort Verlass ist. Wenn du was sagst, dann musst du es auch eintreten, ja? Zumindest was Termine anbelangt. Das ist ja Stufe 1. Wenn du in der Vorstufe schon verkackst und nicht mal in der Lage bist, Termine einzuhalten, obwohl du sicher zugesichert hast und während der Zusicherung schon weißt, dass du Scheiße erzählst und irgendeine Ausrede später findest, dann erwarte nichts anderes von deinen Kunden. Dieser Widerspruch, der bringt dich eines Tages um und das meine ich genauso, wie ich es gerade sage. Das ist so ein Kopfchaos, was du dann am Ende mit irgendwelchen Drogen wegnebeln musst, weil du selber nicht verstehst, wie widersprüchlich du eigentlich jeden Tag auftrittst. Das sind wie Feuer und Wasser, die jeden Tag versuchen, sich durchzusetzen und am Ende es keiner geschafft hat. Das macht dich irre, diese Widersprüche. Ja? Also achte da drauf. Guck dir mal, wie es bei uns ist. Wir haben eine eigene Firma mit zwölf hauptberuflichen Mitarbeitern mittlerweile. Wir haben jetzt das dritte Büro uns gerade dazu geholt. 120 Quadratmeters muss eingerichtet werden. Wir haben noch keine Kinder, aber wir haben sonst was zu tun. Wir holen uns gerade mehrere Immobilien. Wir sind dabei, unser Business aufzubauen. Wir machen 600 bis 1000 Neukunden über die Kaltakquise an der Tür. Das muss natürlich im Hintergrund auch bearbeitet werden. Gleichzeitig sind wir immer dabei, neue Mitarbeiter aufzubauen, neue Mitarbeiter auszubilden, zu qualifizieren, haben das tägliche Geschehen einfach was zu tun ist. Zusätzlich seit ein, zwei Monaten haben wir viele Coaching-Anfragen bekommen von Leuten, die einfach ähnliche Ergebnisse erreichen wollen, wie wir und das von uns lernen wollen. Das kommt halt auch noch dazu aktuell. So, also wir haben allerlei Sachen zu tun. Wir haben ein hohes Workpensum, aber trotzdem halten wir Termine ein. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Bock auf den Termin, dann habe ich auch die Eier in der Hose, das meinem Gegenüber zu sagen, dass ich keinen Bock habe, mit ihm jetzt zusammenzuarbeiten, weil ich seine Zeit respektiere und meine Zeit respektiere und ihm nicht irgendwas erstmal vom Pferd darüber erzähle, was am Ende überhaupt nicht eintritt. So, wir kriegen das auch hin, unser Wort zu halten. Also ist es ja wieder nur eine Ausrede, wenn du sagst, ja, ich habe so viel zu tun und deswegen ist da was dazwischen zu kommen. Nee, du hast einen scheiß Zeitplan und du hast keine Eier in der Hose. Und deswegen vereinbarst du mit irgendjemandem Termine, wo du selber schon weißt, dass du es gar nicht machen willst. Aus Höflichkeit. Aber wie unhöflich ist es eigentlich, jemand anders anzulögen? Das ist doch nicht höflich. Da ist wieder der nächste Widerspruch bei dir im Kopf, falls du so denkst. Du merkst schon, was ich meine. So, an der Tür, ja, oder in der Kalterquise oder im Kundengespräch, egal worum es geht, sagt dir der Kunde, ja, ich muss noch mal mit meiner Frau reden, ich muss da mit meinem Hamster drüber reden, ich muss da noch mal wochenlang in mich gehen. Wenn du so Entscheidungen triffst, okay, ja, aber wenn du merkst, dass eigentlich dein ganzes Bauchgefühl passt und du trotzdem nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen und dann Ausreden wieder findest, ich muss mit dem noch mal reden oder dem noch mal reden, ja. Wie willst du was anderes von deinen Kunden erwarten? Wann hast du deine intuitive Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit verloren, die du als Kind eigentlich noch in dir hattest? Wann ist das bei dir passiert, dass du auf einmal so Entscheidungen triffst? Du weißt selber aus dem Buch Gesetze der Gewinner ist Kapitel 1 direkt von Bodo Schäfer triff schnelle Entscheidungen, wo er dir sogar empfiehlt, dass wenn du in Zukunft bei kleinen Entscheidungen in der Lage bist, alles innerhalb von 30 Sekunden zu entscheiden, du auch dann bei den großen Entscheidungen weiter in der Lage bist, schnelle Entscheidungen zu treffen. So, und da auch einfach noch mal zu, du weißt doch gar nicht, ob du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Kannst du überhaupt gar nicht wissen. Kannst du höchstens wissen, dass du eine richtige Entscheidung getroffen hast, weil du dich damit gut fühlst. Am Nachhinein kannst du nicht wissen, ob du eine falsche getroffen hast, weil du weißt ja gar nicht, wie die andere ausgegangen wäre. Offensichtlich dachtest du ja zum Zeitpunkt der Entscheidung, dass die jetzige Entscheidung, die du getroffen hast, die richtige ist und dementsprechend war dein Gefühl zu der Entscheidung, dass das das Richtige wäre und jetzt stellst du fest, es ist nicht so. Wer sagt denn jetzt, dass die andere Entscheidung besser gewesen wäre und vielleicht nicht noch schlechter? Weil du jetzt das Gefühl hast, dass es so wäre? Du hattest doch damals auch schon das Gefühl gehabt, dass das die Richtige ist. Das bedeutet, wenn du dich entscheidest, dann scheidest du dich von einem Weg und damit solltest du dich auch von den Gedanken scheiden, die die mit diesem Weg zu tun haben, weil rückgängig machen kannst du es eh nicht. Du kannst höchstens heute jetzt anfangen, eine andere Entscheidung zu treffen, um dann für dich herauszufinden, ob das emotional gesehen die richtige für dich gewesen ist. Weil alles betrachtest du immer aus dem Kontext, aus dem du es selbst siehst und dementsprechend ergibt es sehr wahrscheinlich auch Sinn für dich, was ich dir gerade gesagt habe. So, und wenn du mal ehrlich bist, wie oft hast du schon Chancen verpasst, wo du nicht dabei warst? Wo du nicht die geile Party erlebt hast? Wo du nicht die geile Business Chance, die geile Business Opportunity wahrgenommen hast, wo dein Kumpel aber reich geworden ist? Wo du jetzt im Nachhinein sagst, ja, der hatte Glück gehabt. Oder wo du die Frau aus deinem Leben hast gehen lassen oder das Erbe nicht angetreten bist, weil du Angst hattest vor der Verantwortung, die damit zu tun hat. Wie oft willst du, dass sowas noch passiert? Ich hoffe nach dem Video nie wieder. Und deswegen, triff Entscheidungen, deine Lage, Entscheidungen zu treffen. Wir treffen auch schnelle Entscheidungen bei allem, worum es geht. Und es funktioniert immer gut. Und dann hast du wenigstens eine getroffen, anstatt die ganze Zeit im Kopf dabei zu sein, hm, was mache ich? Das ist doch keine Gewinnereinstellung, das ist eine Losereinstellung. Und wenn du es nicht machst, erwarte es bitte nicht von deinen Kunden. Punkt Nummer 7. Die Kunden, die sich nicht trauen, nein zu sagen, und trotzdem den Abschluss mit dir machen und dann am Ende wieder rufen, weil sie wieder zu höflich sind, um Nein zu sagen. Wobei das die Definition von Unhöflichkeit ist, zu lügen, auch wenn du die Antwort schon besser weißt. Und dann im Nachhinein erst wieder rufst, im Nachhinein deine Stornohaftung in Anspruch nimmst, im Nachhinein im Quality Call, wenn sie nochmal angerufen werden, nochmal gefragt wird, wollen sie das wirklich? Und er sagt, nö, ich habe das alles nicht verstanden. Oder wenn du mit dem Kunden gerade zur Bank fährst, damit er die Einzahlung machen kann, während er drin ist, am Bankautomatik Polizei ruft und du draußen verhaftet wirst. Habe ich auch schon von Leuten gehört. So, was ist das denn für eine Einstellung? Weil sie Angst haben, Nein zu sein. Und überleg mal, wenn du ein Mensch bist, der sich nicht traut, auf ein Video wie dieses hier uns zu schreiben, obwohl du genau weißt, obwohl du genau spürst, dass wir dir helfen können und dich weiterbringen können und das aus Angst vielleicht nicht machst oder weil dich irgendwelche Glaubenssätze wieder abhalten, warum du uns jetzt nicht kontaktieren solltest oder weil du jetzt schon denkst, oh, ein Coaching kann ich mir nicht leisten, obwohl du nicht mal weißt, wie viel es kostet, obwohl du noch nicht mal mit uns Lösungsvorschläge durchgegangen bist, obwohl du eigentlich wissen solltest, dass ein richtig gutes Coaching, wo du jetzt schon das Gefühl hast, dass es das wäre, dich weiterbringt im Leben und dir zu mehr Umsatz und mehr Erfolg verhilft und somit die Investition ins Coaching keine Ausgabe, sondern eine Investition ist, die dir mehr Rendite ermöglicht und dich selbst dann nach diesen Informationen nicht meldest, wie erwartest du es von deinen Kunden? Oder wenn du weißt, dass du uns am liebsten kontaktieren würdest oder jemand anderen, aber bei einem Seminar oder bei einem Live-Event niemals traust, dich den Sprecher anzusprechen, obwohl du weißt, es würde dich weiterbringen, weil du denkst, es ist ein Gott, weil du den auf ein Podest stellst, weil du den höher ansiehst als dich, obwohl du genau weißt, dass der morgens auch pissen muss wie du und einfach nur ein Mensch ist, aber da eine Aufmachung hat, ein Branding hat, eine Jacke trägt, was die besonders ist und was auch immer und dich deswegen beeindruckt, aber am Ende des Tages ist es ein Mensch wie die andere. So, dann hast du echt ein riesengroßes Problem in deinem Leben, weil wenn du so eine Riesenangst vor Erfolg hast und dementsprechend auch vor den richtigen Entscheidungen und vor erfolgreichen Menschen, dann wirst du deine Zeit immer mit Losern verbringen und du weißt, Proximity ist Power und du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und dann hast du ein riesiges Problem. Ich denke mal, du verstehst, was ich meine. So, Punkt Nummer 8. Du hast Angst, ein Risiko einzugehen. Was ist das denn für eine Einstellung? Glaubst du, wenn du kein Risiko eingehst, kannst du erfolgreich werden? Das funktioniert nicht. Der einzige Weg, wie du kein Risiko eingehen kannst, ist, wenn du den ganzen Tag zu Hause in der Ecke siehst, sitzt, nichts machst, nichts sagst, nicht handelst und nichts bist. Aber dann gehst du das größte Risiko in deinem Leben ein, nämlich nicht erfolgreich zu werden. Genauso bei deinen Kunden. Die haben alle als Privatkunde ein Widerrufsrecht. Wo ist denn da das Risiko? Sollen sie doch sich erstmal eine Post zuschicken lassen, nochmal mit der Vertragsbestätigung und dann nochmal die schriftlichen Zahlen, Daten, Fakten prüfen und dann sehen sie doch, was da für sie beinhaltet ist. Können sie doch im Notfall rückgängig machen. So ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und genauso, wenn du die Bankdaten vom Kunden brauchst, er sie dir nicht geben will. Was ist denn, wenn du jetzt meine IBAN hast? Was willst du denn damit machen? Wenn du irgendwas abbruchst, sehe ich es bei mir beim Konto und lass zurückbuchen. Wenn du es nochmal machst, lass ich nochmal zurückbuchen. Und nochmal zeige ich dich an. Fertig. Was soll denn da passieren? Außerdem kannst du nicht einfach so mal ganz easy irgendwas abbruchen. Da kann tatsächlich nicht viel passieren. Aber wenn du eine Riesenangst hast, dass du verarscht wirst, weil du schon mal gebranntmarkt wurdest, weil du selber schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, ist ja auch klar, weil die meisten Coaches auf dem Markt sind fake. 90% gehen mir so auf den Sack, gehen uns so auf den Sack, weil die einfach nicht wissen, wovon sie reden. Und du das auch schon in den ersten Sätzen merkst, dass die keine Praxiserfahrung haben, sondern dass die irgendwo mal ein paar Bücher gelesen haben und jetzt theoretisches Wissen weitergeben. Aber nichts, was erlebtes Wissen ist, sondern nur gelerntes Wissen. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Jemand, der an der Uni Business studiert hat, ist nicht in der Lage, ein Unternehmen aufzubauen, nur weil er das studiert hat. Weil der größte Teil ist Kopfsache. Der größte Teil ist die Anstrengung zu überwinden, jeden Tag aufzustehen, trotz Niederlagen weiterzumachen, trotz Rückschlägen weiter an sich zu glauben und so weiter und so fort. Das lernst du nicht in der Theorie. 90% fehlt vom Erfolg, wenn du nur Theorie gelernt hast. Und die meisten sind halt einfach Bullshit-Coaches, Fake-Gurus, die uns total auf den Sack gehen und dementsprechend will ich dir hier auch mal direkt an der Stelle einen Tipp an die Hand geben, wie du solche Lügen entlarven kannst. Punkt Nummer 1, frag nach Kontoauszügen. Frag die Leute, ey, mich würde es mal mega interessieren, zu sehen, was du wirklich verdient hast. Lass dir die Kontoauszüge zeigen. Wenn die dann rumdrucken, wenn die die Kontoauszüge von 2018 schicken oder wenn die sagen, oh, mein Online-Banking funktioniert gerade nicht oder oh, ich muss erst zur Bank fahren, und dann waren sie bei der Bank und da war ein technischer Fehler beim Schalter, dann weißt du definitiv, dass es Fake ist. Weil jeder, der im Vertrieb erfolgreich ist, der prahlt doch gerne mit seinen Ergebnissen. Ja, vor allem sind es in der Regel rote Typen oder Menschen mit einem High-Anteil. Menschen, die dominant nach vorne gehen, die zeigen immer gerne ihre Ergebnisse, wenn sie real sind. Aber wenn sie dir nicht in der Lage sind, das mal aufzumachen, deine, ihre Kontoauszüge, ihre Firmenaccounts, was auch immer, dann weißt du, dass es Fake ist. Ja, genau so nächster Punkt, haben sie ein Büro. Und damit meine ich nicht ein Coworking-Space oder eine Briefkastenfirma, sondern haben die ein echtes Büro. Sind die sich bereit, ein Büro zu leisten? Ja, weil wenn sie wirklich Mitarbeiter haben und ein unternehmerisches System, dann funktioniert es nicht so geil, wenn alles immer nur von zu Hause ist, du irgendwelche Freelancer hast, die irgendwo in Deutschland verteilt sind. Da hast du keine richtige Kontrolle drüber. Du hast kein System und kein Hebel dann im Unternehmen, wie du es wirklich nach oben bringen kannst. Und dementsprechend kannst du sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass da viel Fake ist. So, der nächste Punkt ist, ist die Person eine Marke und steht sie mit ihrem Namen für das, was sie tut? Ja? Oder ist es jemand, der sich einfach nur Artikel gekauft hat, irgendwo im Erfolgsmagazin, in irgendwelchen anderen Zeitschriften, im Frühstücksfernsehen? Ich sage nicht, dass sie es gemacht haben, aber ich sage nur, dass man es machen kann. Und das die einzige Expertise ist und Referenzen, die sie haben oder haben sie echte Ergebnisse? Kommen sie selber aus dem Business? Ja? Wie sieht es da tatsächlich bei denen aus? So, und genauso merkst du auch, da gibt es so viele Punkte, du kennst das ja mittlerweile alles. Hey, hier ein Live-Webinar für dich und du weißt genau, es ist nicht live und wenn du es dir ein zweites Mal anguckst, ist alles genau gleich wie beim ersten Mal oder hey, wir haben nur noch fünf Plätze frei und dann sind eigentlich am Ende 2000 Plätze frei. So, daran merkst du in der Regel an vielen Punkten, dass da einfach nicht so viel dahinter steckt. So, und Punkt Nummer 9, du hast dich für was entschieden. Du willst was machen, was dich weiterbringt, zum Beispiel ein Coaching, wo du Geld in die Hand nimmst und Feuer und Flamme bist, weil du weißt, es wird dein Leben zum Positiven bereichern. Und dann redest du nochmal mit irgendjemandem vorher und auf einmal hast du deine Meinung mit ganz anderer. Obwohl die Person nicht da ist, wo du hin willst und du auf jemanden hörst, der nicht die Resultate hat, die du haben willst. Wenn du das tust, kaufst du seinen Lifestyle. Und da gibt es ein ganz einfaches Beispiel für das. Es gibt zum Beispiel ein Krabben-Experiment, wo sie Krabben in eine Falle gelöckt haben, wo in der Mitte Essen ist. Und als dann alle drin waren und das Essen leer war und die Krabben wieder raussteigen wollte, haben die anderen Krabben, die nicht raus wollten, sofort angefangen, den Krabben, die raus wollten, die Scheren abzuschneiden, um sie da zu halten, wo sie aktuell sind. Und so ist es in der Regel auch im Leben. So sieht es in der Regel aus, wenn du was machen möchtest, was verrückt ist, also verrückt, anders als die anderen aus der Reihe tanzen, andere Entscheidungen treffen, um andere Ergebnisse zu kreieren und du weißt, die Definition von Wahnsinn und Albert Einstein ist jeden Tag dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Wenn du das machen willst und dich dann abhalten lässt von anderen, das zu tun, ja wie willst du von deinen Kunden denn erwarten, dass sie es nicht machen? Wenn du die ganze Zeit Probleme damit hast, dann merkst du selber, es ist einfach ein Spiegel von dir selbst und von der eigenen Entscheidung. So und wenn du nur einen Punkt mitgenommen hast hier von diesem Video, ja und wenn du wirklich selber ein erfolgreicher Verkäufer werden willst, der die richtige Einstellung, das richtige Skillset und das richtige Mindset hat, dann schreib mir jetzt eine Nachricht. So schreib uns hier auf dem SHS YouTube Kanal eine Nachricht, schreib uns bei Instagram eine Nachricht auf srs.de, schreib mir bei Facebook oder bei Insta, Fabian-Durek. Wenn ich sehe, dass du wirklich ein Macher bist, ja und das sehen wir daran, wenn du wirklich hier was mitgenommen hast von dem Video und aufs nächste Level willst und kein Schwätzer bist, dann haben wir jetzt in den nächsten 10 Minuten eine Nachricht von dir und ich hoffe, dir hat das Video wirklich weitergeholfen. Ich gucke mal noch mal ganz kurz, ob wir hier wirklich alles abgehakt haben, aber ich denke mal wirklich schon, ja und dementsprechend, du weißt Bescheid, meine Frau sagt immer, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat oder der es nicht einnimmt. So und wenn du ein Schwätzer bist, dann schreib uns keine Nachricht, wenn du ein Macher bist, der wirklich nach vorne bildst, dann habe ich in den nächsten 10 Minuten eine Nachricht von dir. Bis dahin, ganz liebe Grüße aus Berlin, wir sehen uns in den nächsten Videos und als allererstes in unserem persönlichen Postfach. Bis später. Bis später.